Hallo, was ist transitive Abhängigkeit? Sagen wir irgendetwas, wenn es A ist abhängig von B und B ist abhängig von C, dann sagt man A ist abhängig von B und A ist transitiv abhängig von C. A ist abhängig von B und A ist transitiv abhängig von C, also immer wenn man so einen Hop da drin hat. Und das war's schon.